Veränderter, du musst eine Anlage zurückerobern südwestlich des Deadrock Pass. Da wimmelt es von Rebellen. Meine Männer kommen nicht dran. Schafft Callan das nicht. Ich trau dem paranoiden Junkie nicht. Und da du meine Stellvertreterin verkrüppelt hast, bleibst nur du. Das war nicht seine Schuld. Nein, es war deine. Die haben da auch eine unserer Kapseln veränderter. Bring mir ihren Inhalt. Hat irgendein Idiot das Tor geöffnet? Wir wollen es nicht. Lass die Leichen, wo sie sind, und zieh mal nach. Die Leichen, wo sie sind, und zieh mal nach. Die Leichen, wo sie sind, und zieh mal nach. Die Leichen, wo sie sind, und zieh mal nach. Die Leichen, wo sie sind, und zieh mal nach. Die Leichen, wo sie sind, und zieh mal nach. Offenbar sammeln sie Leichen. Hast du ne Ahnung warum? Das sind Rebellen. Vielleicht hatten sie ja Hunger oder fühlten sich extrem einsam. Die Anlage muss gesichert werden. Ich glaube, sie kann etwas, Outrider. Die Anlage muss gesichert werden. Die Anlage muss gesichert werden. Die Anlage muss gesichert werden. Es müssen hunderte von Leichen sein. Du bist ja auf einem falschen Ort! Irgendein Idiot hat mich mit einem Haufen wilder Tiere eingesperrt. Und vielen Leichen. Meinst du, die Leichen sind als Nahrung gedacht? Füttern die Rebellen diese Kreaturen etwa? Kann sein. Wenn du damit sprichst, sag mir Scheid. Damit ich nicht kaputt gleich mit diesem Scheiß Funkgerät verschwende. Tschaudern! 'mst du? excitest du? はい. Von der Böder. Das war's. Das war's. Das war's. Das stinkt nach Kloake. Gibt's einen Weg rüber? Tja, du wirst wohl leider durch die Scheiße warten müssen. Ja, das Gefühl kennen wir. Und wie soll das gehen, Ex-Marshal, wenn deine Beine nicht funktionieren? Dann schwimmst du auf der Scheiße wie Treibholz. Hey Leute, Funkstille jetzt. Ja, das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 1 Anlage gesichert. Die Rebellen hatten ein neues Spielzeug, das sie an den Kreaturen getestet haben. Aber das wusstest du sicher, Corrigan. Gute Arbeit. Könntest du alles zurückbringen? Ach ja, das Angebot steht auch noch. Ich brauche einen Stellvertreter. Verzichte, danke. Und meine Beute behalte ich auch. Was? Das war meine Mission. Meine Info. Du kannst nicht einfach... Der Typ hat lange genug große Töne gespuckt. Und ich habe das mal für Selbstvertrauen gehalten. Bin froh, jetzt in deinem Team zu sein, Outrider. Bringen wir die neue Waffe zu She-Ra. Outrider erkannt. Zugriff gewährt. Unindebar. ыb Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Was ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017